ARD Text im Auftrag von Funk Nimm du rechts, ja mach ich für mein Radar Darwinium shipment has arrived Was hätt an das so einfach, du musst nicht hinlatschen Jo Die haben halt einfach hier nicht gelootet, dabei ist das das beste Biom, finde ich Ich find mir grad noch nen Baum Jo Wär nicht schlecht Sind auf jeden Fall alle bei uns in der Nähe gefühlt Ich hab zwei Ich mach Also zwei sind oben, drei sind hier Richtung Mitte Und links von uns Und einer ist noch weiter Also zwei Zonen links unten Ja würde ich machen Unsichtbarer Teleport habe ich ja noch nicht Da fehlt mir noch ne Stufe Aber selbst wenn, ich bin kein großer Fan von Teleport Ja wenn man ihn durchziehen will aber auch Ich kann auch hier markieren und durchziehen Wie viel Holz hast du? Ok, dann lass ich dir jemandes nix holz Wo ist das? Da Da Ja Kannst du machen Dann sorgt man dafür, dass es länger markiert ist So Wir könnten probieren nach oben durchzurennen Ja hier ist noch ein Holz Ich fang jetzt an zu sammeln für meine Unsichtbarkeit Und Mein Achteil ist halt, ich komme nicht überall lang. Ja, er kommt bei uns in die Richtung. Ich habe gerade selber gescannt. Und zwei sind rechts unten in der Mitte und die anderen sind auch rechts unten in der Zone. Ich habe inzwischen acht Holz. Ja, vor mir steht noch eins. Ich mache hier mein Lagerfeuer. Ich würde schon sagen. Und du? Ich habe noch zwei. Er ist jetzt rechts unten an der Kante, Mitte ist keiner mehr drin. Und sind jetzt alle hinter uns unten. Ich dürfte theoretisch gleich vor mir irgendwo auftauchen. Ich kann in 13 Sekunden noch mal. So. So, ich habe jetzt genug für Backup-Armor. Die anderen sind immer noch unter uns. Ja, ich gönne mir das Darwinium gleich. Da hinten. Ich bin ein Schöhn-See. Ich bin ein Schöhn-See. Ja. Ich bin getrackt. Ja. Ich gönne mir die Lieferung. Er hat mein Fall gezerstört. Doch. Ist auch nur er. Ja, ich habe ihn getrackt. Nein, ich habe Schöhn-Brick. Wow, er macht 150. Er friert aber bald. Ich habe ihn gegeben. Einen Schuss. Nee. Er ist low. Ich schieße mit dem Bogen auf ihn. Wenn nicht, geh weg. 50 hat er noch. Nee, habe ich nicht. Ich habe auch nur noch 150. Ich mache mir Pfeile. Ja, jetzt habe ich mich verdrückt. Jetzt habe ich mir Feuer gemacht. Kannst du mir Pfeile geben? Okay. 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 Jetzt haben wir auch. Hm. Ich schicke einfach kurz ein. Hier steht eins. Ja. Ich schicke. Ich schicke. ja der hat es einen anstrengend gemacht junge das geschütz hat fast alles gemacht ein bisschen kompletter falle spielen und auf bogen 150 fehlen hast du nicht auch noch dein anderes schild ja du hast einmal den ulti schild und die body armor kriegst du alles sind da jetzt eine käfig falle lasst gucken ob wir irgendwie noch an hp kommt also ich habe jedenfalls gleich 500 wenn ich das viel noch mal sehe man wo ist das fien hier ist noch mal darwin komm gib ein first aid raus kann ich stelle ich mir auch in meine richtung wird komisch genug wenn du dir die darwin lieferung die hinter uns ja aber da bist du safe er rennt hier sogar rum ja ich komme zu dir er hat mich getrackt er hat mich getrackt ich bin kurz dann kommst du ein bisschen meine richtung und platziert ein geschütz ich bin kurz vor ich bin kurz vor ja I'm just being honest I'm just doing everything I promise cause I want it better enough that I'mma make it as an artist and I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest but I promise you that I'mma be the one that worked the hardest cause I promise you that I'm just getting started and I promise you that my skills are getting sharper so I'mma get started can't be gutted nah I'm the one that get retarded get the party started yeah get the party started yeah get the party started yes let me get up on it yeah bitch you got me fucked up I don't know what's up pour that shit in my cup und ich hoffe du kannst Feuer machen dann Es ist halt so lächerlich ne, wenn ich mit Radar getrackt habe, sehe ich ihn ja durch Wände und kann dadurch markieren dann. Mann. Nein. Ich seh Holz. Ja. Komm her. Was? Du hast aber Vorteil, du kannst hoch. Ich auch nicht. Ich habe mich in die falsche Richtung. Gibt es aber auch gleich. Ja, das ist genug. Ja, das ist genug. Ja!